Ho, 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 liebe Rote-Rosen-Fans! Es ist wieder soweit, die schönste Jahreszeit steht vor der Tür und um euch die Wartezeit ein bisschen zu versüßen, haben wir einen Adventskalender für euch gebastelt mit 24 kleinen Überraschungen, die sich hinter den Türchen verstecken. Also, seid gespannt auf den 1. Dezember und ich wünsche euch heute noch einen schönen 1. Advent. Macht es euch gemütlich, esst was Leckeres und ich habe hier noch ein paar Pakete, um die ich mich kümmern muss. Die wollen schließlich ausgepackt werden.